Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Ludenberg. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1800 Euro pro Monat. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017